Bling! Wutsch! Hi, hier ist Tim Soat wieder. Und in diesem Video möchte ich mit euch zusammen auf das nächste Jahr gucken, auf 2020 und was uns dort alles erwarten wird, was Magic the Gathering angeht. Ich habe mich 2019 so dermaßen mit diesem Kartenspiel befasst, dass es jetzt so mein absolutes Lieblingsspiel überhaupt geworden ist. Ich habe so viel erfahren über die Menschen, die das machen, über die Menschen, die das spielen, über die ganzen neuen Karten, die rausgekommen sind, über ganz viele alte Karten und auch über mein Lieblingsformat Commander, mein Zweitlieblingsformat Limited, sodass ich jetzt auch in 2020 immer auf dem Laufenden sein will und das natürlich auch auf YouTube mit euch teilen möchte. Jetzt im Januar geht es direkt los mit Terrors, Jenseits des Todes. Ein Set, was wieder in dem Griechenland-Flavor spielt, der richtig toll ist. Und es ist momentan gerade diese heiße Phase des Vor-Pre-Releases, wo die Karten veröffentlicht werden und jeden Tag wieder die neuesten Karten gezeigt werden, sodass die Vorfreude immer schön geschürt bleibt. Ich möchte zu dem Pre-Release dazu noch ein eigenes Video machen, so Limited-Tipps. Deswegen werde ich jetzt noch nicht allzu sehr darauf eingehen. Aber was ich sagen kann, ist, dass es, was man bis jetzt schon gesehen hat, sieht alles richtig cool aus. Im April geht es dann mit Ikoria, Layer of Behemoths weiter. Und da freue ich mich schon richtig drauf, weil es ist erstens eine komplett neue Welt und zweitens soll es eine sehr verrückte Mechanik in diesem Set geben, mit der man sich irgendwie große Kreaturen zusammenbasteln kann. Und das klingt für mich mega cool. Also das triggert mich richtig. Und außerdem geht es in dem Set auch los, dass sich mehr um Commander gekümmert wird. Also Ikoria bekommt seine eigenen Commander-Sets und das wird mega interessant. Und wenn wir gerade schon bei Commander sind, nächstes Jahr wird das Commander-Jahr schlechthin, wie angekündigt wurde, kriegt sogar auch Zendika seine eigenen Commander-Decks. Es wird ein eigenes Commander-Set für die Farbe Grün rauskommen mit irgendwie Must-Haves für diese Farbe im Commander. Und das wird mega interessant. Im Herbst ein komplett eigenes Set für Commander. Commander Horizons, so ein bisschen. Commander Legends wird es eigentlich genannt, aber es ist so ein bisschen was wie Modern Horizons halt für Commander. Und das mega interessante daran wird, man soll es sogar draften können. Also Commander draften, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Im Sommer bekommen wir wieder das Hauptset für nächstes Jahr, also 2021. 2021, da werde ich mich natürlich auch auf dem Laufenden halten. Da werden bestimmt ein paar interessante Karten, besonders wieder für Commander, drin erscheinen. Und danach dann im Winter Zendika Rising. Zendika werde ich mich auch mega drauf freuen, da das Limited zu spielen, weil Zendika ist echt eine sehr coole Plane, also eine sehr coole Welt. Auch wenn dieses Mal nicht die ältere Arti darauf auftauchen, aber sie werden sich bestimmt schon irgendwas cooles dafür einfallen lassen. Letztes Jahr an Weihnachten sind ja die Secret Layers rausgekommen. Sets mit 1 bis 5, 7 Karten, wo halt andere Artworks drauf waren und alle sind foil und so. Und so, auch sehr interessant, aber ich habe mir davon letztendlich keins geholt, weil das auch mit dem Porto nach Deutschland dann zu krass war mit dem Preis. Und ich bin mal gespannt, ob es 2020 neue Layers geben wird. Also sie meinten schon, dass werden auf jeden Fall noch weitere rauskommen. Vielleicht auch wieder erst an Weihnachten, das wissen wir noch nicht. Aber vielleicht, wenn diesmal ein sehr interessantes dabei ist, würde ich es vielleicht auch mal versuchen, so eins zu bestellen. Magic Arena ist ja immer so ein kleines Streitthema im Moment. Es ist aber nicht abzustreiten, dass dadurch Magic Online, also das digitale Magic, mega durchgestartet ist in 2019. Und das werden sie auch in 2020 sicher nicht vernachlässigen. Es wird wahrscheinlich einiges an coolen Events dort geben. Die neuen Sets werden dort erscheinen. Viele Karten, wahrscheinlich auch ein paar alte Karten werden wieder reingenommen. Und sollte es ein paar interessante Events geben, werde ich vielleicht dort auch mal dann reinschnuppern wieder und vielleicht sogar auch Footage für aufnehmen. Aber habt ihr eigentlich schon von Magic Legends gehört? Das soll ein MMORPG werden, was in der Welt von Magic spielt. Also der klassische World of Warcraft, Elder Scrolls Online, Rollenspiel Spaß. Aber man spielt halt einen Planeswalker in den Welten von Magic The Gathering und mit den Kreaturen und Zaubern. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Man kann sich jetzt auch noch für die Beta anmelden. Ich werde euch da auch mal den Link dazu in der Beschreibung unten verlinken. Ich habe mich angemeldet für die Beta. Wenn ich reinkommen sollte, dann würde ich euch natürlich auch davon Footage zeigen und sagen, wie das Spiel so ist. Und das sehen wir dann mal. Habe ich noch irgendwas vergessen, worauf ihr euch im Jahr 2020 mega freut? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare unten. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr guckt euch noch meine weiteren Videos an. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.